Hallo alle in Rackland und herzlich willkommen zur August-Ausgabe der News of the Rack Monthly. Der Monat ist ja durchaus schon fortgeschritten und warum es zu dieser Verzögerung kam, habe ich ja schon ausführlich geschildert. Dies ist nun das erste Video, das ich mit DaVinci Resolve 16 erstelle. Ich habe mich auch entschlossen, Woche 10 gleich mit reinzupacken, damit die Neuigkeiten wenigstens einigermaßen neu sind. Der letzte Monat hat uns wieder viele neue Module gebracht und einige Modulentwickler, die wir schon aus Rack 0.6.x kennen, sind nun auch wieder dabei. VCV Rack ist nun bei Version 1.1.4 und die Tech-Struktur im Plugin Browser wurde verändert. Man sieht, die Entwicklung bleibt nicht stehen und so müssen auch die Modulentwickler ständig Updates veröffentlichen, weil ihre Module sonst Systemabstürze verursachen. Gerade in letzter Zeit war das immer wieder zu beobachten, aber innerhalb weniger Tage wurden immer wieder alle Probleme behoben. Wenn man bedenkt, dass wir in den meisten Fällen hier immer noch von frei erhältlichen Modulen sprechen und die Entwickler das alles in ihrer Freizeit machen, ist das zum einen keine Selbstverständlichkeit und zum anderen verdient das höchste Anerkennung. Wenn also mal wieder ein Modul einen Systemabsturz verursacht, habt Geduld, alles wird gut. Und jetzt zu den Nachrichten. Neue Module Die Module von Aridacity standen bereits in Rack 0.6.x zum Selbstkompilieren zur Verfügung. Nun ist der Entwickler auch im Plugin Manager vertreten. Bisher gibt es den Clock Divider, Clock Div, den Bit Crusher, B-Crush und den Hard Clipping Limiter, Clip. Liquid veröffentlichte Version 1.1.0 von Anomalies. Dies sind die Chaotic LFO Module Dardras, Halworsen, Lorenz, Zakaria, Sprottlins F und Thomas, die alle auf den gleichnamigen Strange Attractors basieren. Langor kombiniert in sich mehrere Attraktoren. Dual Attenuverter enthält zwei Polyphone Attenuverter. Expanse ist ein größenveränderbares Blank Modul und Full Scope Black Edition eine Version des Full Scope von JW Modules. In der Reihe Fundamentals wurde der VCV Quantizer veröffentlicht. Außerdem erhielt in Version 1.2.0 VCV Octave einen CV-Eingang. SLM hat in Version 1.1.0 nicht nur sein Design verändert, sondern auch noch das Modul Taylor veröffentlicht, ein Waveform Morphing Tool entsprechend WTF von DAV Audio bzw. WCO von Edge. In Version 1.1.1 hat Clearfactory sein Plugin Overdub um zwei Module erweitert. Out ist eine Outbreak Box und SND ein einfacher AUX Sandstrip. Overdub ist in der Hall of Fame Edition enthalten, kann aber auch separat erworben werden. Neu ist ebenfalls der Octa Sampler, ein 8 Spur Stereo Sampler und optimiert für den Einsatz mit Wonky Sec. Deshalb ist er auch in diesem kommerziellen Plugin enthalten, aber auch in den Editionen Titanium und Hall of Fame. Die Module von Wrong People sind mittlerweile auch im Plugin Manager erhältlich. Das Plugin enthält den Script Interpreter LUA, den Tourette Syndrom Simulator Tourette und den Multitrack MIDI File Player MIDI Player. Good Shepherd ist nun auch im Plugin Manager anzutreffen. Das Plugin umfasst die Sequenzer Stable 16 und Sec3ST und den Uncertain Switch Hurdle. Neu im Plugin Manager ist auch SV Modular, wobei neu hier relativ ist, denn hinter SV Modular steckt Jerry Sievert, bekannt durch seine Drum Kit, Synth Kit und Chart Desert Module. Die Reihe Synthetik ist kostenpflichtig und kann über den Plugin Manager für 10 Dollar erworben werden. Synthetik besteht aus den Modulen BigBlue, einem 8-stimmigen semi-modularen Synthesizer und Eastside, einem 4-stimmigen East Coast Style Synthesizer. D-Bits hat in Version 1.1.2 seine Module nicht nur überarbeitet, sondern auch zwei neue Module veröffentlicht. Contorno Mark II ist eine erweiterte Version von Contorno und Span ein Panning-Modul. Frozen Wasteland hat in Version 1.7.0 den Pseudo Random Value Generator Seeds of Change veröffentlicht. Mit Version 1.8.1 kam ein weiterer Expander. Dieses Mal für die beiden BPM-LFOs. Phase X ergänzt diese um bis zu 12 unterschiedliche Phasenausgänge. Auch der erst kürzlich angeteaserte Wahrscheinlichkeits-Quantizer ProbablyNote, der auf einer Idee von Dieter-Quantum-Trick-Stubler beruht, ist mittlerweile veröffentlicht worden. Skryler baut seine Plugins Skylights bzw. seine Version der Turing Machine mit Version 1.0.2 und dem Vectralizer weiter aus. SDS hat in Version 1.1.0 den MIDI-File Player Plus veröffentlicht. Und mit ihm kommen eine neue Version des Poly LFO, die nun den Zusatz Snap-Face trägt, und ein alter Bekannter, das Modul Chords von Gradrix, in der Umsetzung von SDS. Letzterer muss noch selbst kompiliert werden. Mit der XOR kehrt ein weiterer alter Bekannter mit neuen Modulen zurück. Neu sind das Formel-Modul ASCII, das Countdown-Modul Counter, der D-Multiplexer DM-Plex, der MIDI-Quantizer MIDI-Quant, der trigonometrische Noise-Generator Knack-Knack-Knack und ein Blank-Modul namens Empty. Der Entwickler, auch bekannt als Unusual Sequencers, erweist seinem Namen alle Ehre und veröffentlichte außerdem weitere ungewöhnliche Sequenzer. Quattro wird beschrieben als inspiriert von einer beliebten iOS-App. 0.880 als Arpeggiator, der vorgibt, ein Sequenzer zu sein, oder umgekehrt. Volt, das Plugin, das Alessandro Volta schon immer haben wollte, wenn er sich für mikrotonale Musik anstelle von Fröschen interessiert hätte. Und Flop, die logische Konsequenz der Verwendung dieser Plugins ist ein Flop. Wie von der XOR nicht anders zu erwarten, gibt es keine Manuals. Die Module Watches, Switched Multiples, Shifts, Hybrid Bernoulli Mixer und Tables Quad Sequencer von Admiral können mittlerweile auch über den Plugin Manager heruntergeladen werden. Schmickler-Works ist noch nicht im Plugin Manager, aber die Version 1.0 Beta 1.7 kann als Binärcode zum Selbstkompilieren oder als Windows-Version auf der GitHub-Seite des Entwicklers heruntergeladen werden. Neben dem Node-Taker gibt es nun auch noch den dazugehörigen Expander Super8. Signal Flux veröffentlichte die Module Simple Knob und Bipolar Knob, die konstante Spannungen erzeugen. Simple Knob im Bereich von 0 bis 10 Volt und Bipolar Knob im Bereich von ±5 Volt. Außerdem die Module Attenuate, Attenuate und Invert, deren Funktionen ihren Namen entsprechen. Die Module von Stochkit konnten bereits für Rack 0.6.x selbst kompiliert werden, nun ist der Entwickler auch im Plugin Manager zu finden. Grandy ist ein stochastischer Synthese-Generator, Stitcher ein Modul zur stochastischen Verkettung und Geneco ein Modul zur stochastischen Zersetzung. Shortling Hamster hat nicht nur ein neues Design, sondern auch das Modul Bitwise, einen Sample & Hold Pattern Filter veröffentlicht und ist nun bei Version 1.1.0. Count Modular holt langsam aber stetig zu NISTI auf. Das Verhältnis ist zwar immer noch 49 zu 120 zugunsten von NISTI, aber der Graph offeriert uns vier neue Module. Dies sind der Slope Detector sowie der Gate Comparator und zwei dafür vorgesehene Expander. GXRM steht für Random Melody, GXLogic für Gate Logic. Catro Modulo ist zwar schon seit einiger Zeit im Plugin Manager vertreten, neu sind aber seine Blank-Module, Catro Blanco. Diese haben alle einen CV-Eingang und fünf Modi, um sie zu animieren. Die MPE-Technologie findet dank Rolli C-Board, Linstrument oder K-Board immer mehr Liebhaber. Auch VCV-REC unterstützt diese mehrdimensionalen Controller. MoDLLZ hat dafür die Module MIDI-Poly MPE und MIDI-8 MPE veröffentlicht. Für alle, denen 16 Audio Ein- und Ausgänge zu wenig sind, kommt von Störmelder das Audio Interface Audio 64. Auf der GitHub-Seite des Entwicklers kann bereits eine Beta-Version heruntergeladen werden. Neues von Entwicklern und weitere Neuigkeiten. VCV-REC Version 1.1.4 wurde veröffentlicht. Die Änderungen sind im Change-Log nachzulesen. Systemabstürze der neuen Version sind in der Regel darauf zurückzuführen, dass Plugins nicht kompatibel sind oder dass in eurem Plugins-Ordner noch ältere Versionen eurer Plugins sind. Vielleicht unter einem anderen Namen. Die Datei LogText dokumentiert den Grund des Absturzes. VCV hat seine Fundamental-Module an die neue Version angepasst. Diese sind nunmehr bei Version 1.2.1. Die kostenpflichtigen VCV-Host-Module zur Einbindung von VST2-Plugins in VCV-REC wurden überarbeitet. In Version 1.0.4 wurde unter anderem VST-Shell-Support für Plugins von Waves Audio und ExpertSleepers hinzugefügt. VCV akzeptiert nun Verkäufe über den Plugin-Manager Google Pay, Apple Pay sowie Kreditkarten, PayPal und Bitcoin. Version 1.1.2 von Count Modular brachte zwar keine neuen Module, aber zahlreiche Verbesserungen vorhandener Module. Friedrichs Audio hat angekündigt, dass es von seinen kommerziellen Modulen doch eine V1-Version geben werde. Möglicherweise werden die Module dann sogar frei erhältlich sein. Auch Submarine hat mit Version 1.0.3 Verbesserungen vorgenommen und Fehler behoben. ZZC hat vor allem die Grafik seiner Module vereinfacht und ist nun bei Version 1.1.0. Computer Scare optimiert seine Module weiter und ist nun bei Version 1.0.3. Offensichtlich gab es Probleme mit den Modulen von Bidu, da drei Tage nach Veröffentlichung von Version 1.0.3 schon 1.0.4 erschien. Nun laufen sie aber wieder stabil. In Version 1.0.5 wurden die Module Limonad und Wive überarbeitet. Die aktuelle Version ist 1.0.7. Störmelder veröffentlichte Version 1.1.0 und somit ist MidiCAD offiziell über den Plugin Manager herunterladbar. In Version 1.2.0 ersetzt Wult bei Drummer 2 den Suboszillator durch einen regulären zweiten Oszillator und die neuen Modi von Caudal sind nun direkt im Modul wählbar und nicht nur über das Kontextmenü. Für alle Chronisten und Leute, die schon immer mal wissen wollten, wie alles angefangen hat, hat Wult nun The Wult Prehistory veröffentlicht. Borg Audio hat seine Module überarbeitet und ist nun bei Version 1.1.22. Beim Sample & Hold Modul S&H ist es nun im Kontextmenü möglich, den Noise Type und die Voltage Range auszuwählen. Lomas Modules hat Version 1.0.2 seiner Module veröffentlicht. Pierre, bekannt durch seine großartigen Designs für Geodesics, Repelsen und Stellare, um nur ein paar zu nennen, hat ein neues T-Shirt Design auf Spreadshirt veröffentlicht. AllWrite Devices hat die frei erhältlichen VCV Rack Versionen seiner kommerziellen Euro-Rack Module Chronoblob 2 und T-Racks überarbeitet und ist damit bei Version 1.0.1. Sonos Modular hat Version 1.1.0 seiner Module veröffentlicht. Die Blank Module von ChipTuner sind nun auch für Rack V1 erhältlich. Im Plugin Browser erscheinen sie unter TAG The Great Azure. Auch die Module von DHE wurden überarbeitet. Diese sind nun bei Version 1.0.5. Nachdem es in letzter Zeit öfters Probleme mit den What The Rack Modulen von Corfuri gegeben hatte, wurden diese nun aktualisiert und arbeiten nun wieder einwandfrei. Herausforderungen und Zusammenarbeit Very Cool Patch Challenge In Edition 36 der Very Cool Patch Challenge war das zu verwendende Modul Reburst von Repelsen. Die Beiträge sind wie immer in einer Playlist zusammengefasst. Edition 37 der Very Cool Patch Challenge war wieder einmal etwas ganz besonderes. Diesmal sollte mit dem Modul What The Rack von Corfuri ein zufälliges Patch erstellt werden. Drei Module durften noch hinzugefügt werden. Die Beiträge wurden wie immer in einer Playlist zusammengefasst. In Edition 38 der Very Cool Patch Challenge sollten alle drei Oszillatoren von Mosquito Labs verwendet werden. Die Beiträge wurden auch hierfür in einer Playlist zusammengefasst. In Edition 39 der Very Cool Patch Challenge ist das Modul Rampage von Befaco zu verwenden. Beiträge können bis 16. September eingereicht werden und werden dann in einer Playlist zusammengefasst. Eine neue Challenge beginnt am nächsten Tag. Anyone Interested in Playing Musical Brails Nachdem leider der erste Versuch eines musikalischen Kettenbries nicht sehr erfolgreich war, sieht es nun so aus, als ob die neue Version gut angenommen wird. Das Prinzip ist ganz einfach. Eine Person erstellt eine Stimme von Grund auf neu und sendet die Datei dann an den anderen Freund. Der andere Freund erstellt eine neue Stimme und sendet die Datei zurück. Etc. Etc. Bis man einen schönen generativen Patch hat. Erste Ergebnisse sind auch bereits im Forum zu hören. Videos und Tutorials Cartronomics Integrating VCV Rack with Ableton Live SciBall Touch OSC VCV Rack Tutorial David Coffin David Coffin VCV as MIDI FX Federico Soler Fernandez Day 16 Stages Segment Generator Audible Instruments VCV Rack Day 17 Marbles Random Sampler Marbles Random Sampler Audible Instruments VCV Rack Day 18 Tides Tidal Modulator 2 Audible Instruments VCV Rack Day 19 Even VCO Even VCO BFACO VCV Rack Day 20 Rampage BFACO VCV Rack Jerry Sievert Synthetic Synthetic Intro to Eastside Und Designing a Fat Bass Sound Jim Akin Jim Akin VCV Rack Modular Synthesis Beginners Ready to Rack Basics Modular Curiosity Modular Deconstruction Episode 1 Final Patch Omri Cone Additive Synthesis in VCV Rack Und Let's Build a Bookler Style Patch in VCV Rack Und Circle Fade VCV Rack Livestream Und Geodesics Module Series Part 7 Toros Und Geodesics Module Series Part 8 Fate Und Geodesics Module Series Part 9 Energy Und Beginners Patches Introduction Und Beginners Patches 1 Basic Sequence Und Beginners Patches 2 Oscillators and Modulation Und Beginners Patches 3 CV and VCF Und Transposing inside a Scale in VCV Rack Und Und RJ Modules VCV Rack Livestream Und Patreon Q&A Number 1 Und Impromptu 12 Key Und Mutable Instruments Braids Synthesis Model Series Number 33 Und Und The XOR Modules VCV Rack Livestream Und Patch Dissection Und Let's Build another Generative Patch in VCV Rack Shondue Shondue Postman VCV Rack Tutorial Erika Black Wavetable VCOs Pulsar Part 1 Und VCV Rack Tutorial Erika Wavetable VCOs through Geodesics Pulsars 2 VCV Rack Ideas Techno VCV Rack Template Techno VCV Rack Template Fixed and Mapped with Touch OSC Und How to make Techno Patch from scratch in VCV Rack V1 Und Creating Perfect Sequences with ZZC Phase Sec in VCV Rack Und Mutable Instruments Elements in VCV Rack 20 Sounds Waves Unlimited Vosmächten Dark Knopf The Next Generation Episode 1 Setup Oscillatoren 1 Und What does this knob do The Next Generation Episode 1 Setup Oscillators 1 Sollte ich jemanden übersehen haben, tut es mir leid. Gib mir dann bitte Bescheid. Das waren die News of the Rack für den Monat August 2019. Und bitte vergesst nicht die wichtigen Links unter dem Video. Eine neue Zeitungsausgabe erscheint jeden Montag und ein neues Video am Anfang des nächsten Monats. Und nicht zu vergessen, vielen Dank an Andrew Belt und alle Modulentwickler, ohne die das alles nicht möglich wäre. Das war's von mir, lasst es euch gut gehen und viele kreative Momente. Servus! Bis zum nächsten Mal! Next Generation